Ey, was ist denn das jetzt wieder für ein random move? So ein scheiß F***, scheiß Börse ist ja alles nur ein scheiß Glücksspiel. Ganz ruhig Brauner, hol dich mal runter. Du hättest nur mal kurz in deinem Wirtschaftskalender sehen müssen. Dann hättest du gewusst, dass du mal zu der Zeit lieber nicht im Markt bist. Das erste und mit Sicherheit wohl auch eines der wichtigsten Sachen, die ein Trader jeden Morgen machen muss, ist ein Blick in deinem Wirtschaftskalender und die anstehenden Quartalszahlen zu werfen. Sicher nicht so spannend wie ein Video über den nächsten To-The-Moon-Dodge-Brenn zu schauen. Jedoch tausendmal wichtiger. Ja, mag schon sein, aber welche Daten sind überhaupt relevant? Auf was muss ich achten und welchen Wirtschaftskalender nimmst du? Hol dir mal einen Johannes-Kraut-Tee. Ich zeige dir die vier wichtigsten makroökonomischen Daten und die wichtigsten Wirtschaftsdaten für Unternehmen nach dem Risikohinweis. Also wo finden wir überhaupt die relevanten Wirtschaftsdaten? Es gibt tausend Möglichkeiten. Eine davon zeige ich euch im Detail, eben auf TradingView. Und am Schluss zeige ich euch noch ein paar Alternativen. Hier auf der Startseite von TradingView gibt es zwei Möglichkeiten hinzukommen. Einmal hier oben bei Produkte und dann Wirtschaftskalender oder rechts bei der Leiste auf Kalender klicken. Das ist dann eine schmale Version davon, wo du dir auch gleichzeitig noch einen Chart anzeigen lassen kannst. Wir sehen uns jetzt bei der großen Version an, wie man filtern könnte. Ja gut, hier haben wir nun ein paar interessante Daten von LK, Indonesien, Malaysien, Indien, was weiß ich nicht alles. Ich habe nicht mal eine Ahnung, was LK für ein Land ist. Nach was soll ich jetzt filtern und welche Länder sind interessant? Man kann das Ganze nicht pauschalisieren. Ich persönlich beschäftige mich gerade mehr mit dem Handel von Aktien. Für mich sind in diesem Zusammenhang nur die großen Wirtschaftsmächte interessant. Grundsätzlich solltest du immer die USA und die EU am Schirm haben. Wenn du das machst, hast du schon gewonnen. Alles andere ist variabel und trifft nicht auf jeden zu. Es kommt einfach ganz darauf an, was du handelst. Wenn du beim Forex-Handel bist und zum Beispiel den australischen Dollar gegen den New Zealand-Dollar handelst, solltest du dich natürlich auch für diese Volkswirtschaften interessieren. Also ich setze bei meinem Filter die Häkchen bei eben der USA, der EU und den größten Wirtschaftsmächten in der Eurozone. Deutschland und Frankreich. Vorher auch noch im Euroraum, jetzt zwar nicht mehr, jedoch noch immer interessant ist Großbritannien. Nachdem wir das gefiltert haben, sieht das doch schon ein wenig übersichtlicher aus. Je nach der Woche kann es aber auch noch hier ziemlich unübersichtlich werden. Jeder Wirtschaftskalender hat dann meistens bereits schon einen Hinweis darauf, wie relevant die Zahlen wirklich sind. Meistens sieht es so aus wie hier bei TradingView in Form von drei Balken. Bei den ganz wichtigen Zahlen sind alle Balken gefüllt. Mit einem Klick auf hohe Wichtigkeit hier oben könntest du noch einen zusätzlichen Filter setzen, um eben nur die anzeigen zu lassen. Und gleich daneben kannst du bestimmen, ob du den Wirtschaftskalender von heute, morgen oder von der ganzen Woche sehen möchtest. Einfach pauschal zu sagen, nur die mit den drei Balken sind wichtig, ist mit Sicherheit auch nicht richtig. Es kommt, wie vorhin auch schon erwähnt, darauf an, was du handelst und in welcher Lage sich die Weltwirtschaft befindet. Vor drei Jahren zum Beispiel war die Inflation noch eher nebensächlich. Da waren wir sowieso immer bei rund 2%. Jetzt ist es aktuell jedoch das größte Thema, um das sich alles dreht. Kann sein, dass die Inflationsdaten zu der Zeit nur mit einer Wichtigkeit von zwei Balken bewertet wurde. Was ich damit sagen möchte ist, die Welt verändert sich, die Umstände verändern sich. Sicher gibt es Daten, die immer wichtig sind. Aber am besten ist es, wenn dir alles auf der Seite etwas sagt und du es selbst beurteilen kannst, wie wichtig es für deine Trades ist. Also für meinen Handel interessant sind heute nur die Inflationsdaten. Die haben wir hier zweimal. Hier oben MOM, sprich die Veränderung Monat zu Monat und YOY, Year over Year. Bei einem Klick auf den jeweiligen Punkt öffnet sich eine kurze Erklärung. Außerdem sind hier rechts immer eine Prognose und die vorherigen Zahlen angegeben. Die Prognose ist meistens das Allerwichtigste. Wenn die stärker über- oder untertroffen wird, dann rappelt es meistens irgendwo. Wenn du möchtest, kannst du die diversen Events auch deinen Kalender hinzufügen. Hierzu einfach hier rechts draufklicken und nachher speichern. Weißt du, was auch nur einen Klick entfernt ist? Dein Abo. Der Klick kostet dir nichts, für mich ist er aber sehr viel wert. Eine zweite coole Funktion ist noch, dass man sich diverse Daten auch im Chart ansehen kann. Wenn ich hier auf im Chart öffnen klicke, sehe ich nun die Inflationsdaten im Monatschart. Bis in die 50er Jahre zurück. Man könnte dann zum Beispiel hergehen und recherchieren, was in den 70ern und 80ern und 90ern war, wo die Inflation bis auf 8% gestiegen ist. Vielleicht gab es da Parallelen zu heute. Vielleicht kann ich dadurch Schlüsse ziehen und einen Vorteil für meinen Handel generieren. Neben makroökonomischen Zahlen werden vierteljährlich auch Unternehmenszahlen präsentiert. Die Quartalszahlen. Oder auf Englisch auch Earnings genannt. Wenn du mit Aktien handelst und die nicht am Schirm hast, kann es richtig böse ausgehen. Nur lustig Charttechnik betreiben und den fundamentalen Part nicht im Blick haben, kann dich in den Ruin treiben. Als aktuelles Beispiel gerade Meter. Wenn du vielleicht gehebelt in einem Short Trip bist und von 1. auf 2. Februar über Nacht hältst, na dann gute Nacht. Mit einem Gap von rund 20% ist sicher kein guter Morgen für dich. Die anstehenden Quartalszahlen findest du, wenn du hier oben auf Märkte gehst und dann auf Aktien. Und dann finden wir hier oben den Reiter Earnings Kalender. Wir befinden uns jetzt gerade bei den deutschen Aktien. Beim Pfeil nebenbei kannst du dann auch noch die anderen Länder auswählen. Um den Überblick zu behalten, kannst du unten noch weiterfiltern. Gehen wir zum Beispiel auf diese Woche, sehen wir alle Unternehmen, die diese Woche ihre Zahlen präsentiert haben. Nun sieht man hier die Schätzungen oder auf Englisch Estimates der Analysten. Einmal die EPS, das sind die Earnings per Share, also der Gewinn pro Aktie und noch die Umsatzerwartung. Direkt daneben finden wir dann die tatsächlichen gemeldeten Zahlen. Die Differenz zwischen Schätzung und gemeldeten Zahlen ergibt dann eine Überraschung. Manchmal auch eine böse. Ganz rechts sehen wir noch eine Sonne und einen Mond. Quartalszahlen werden immer außerhalb der Handelszeiten veröffentlicht. Es könnte entweder vor Börsenbeginn sein, dann eben die Sonne oder nach Börsenschluss, dann der Mond. Ich hab's ja vorhin schon erwähnt. Auf die Prognose wird besonderes Augenmerk gelegt. Und damit sind wir schon mitten in der Frage, welche Wirtschaftsdaten sind wichtig. Weil wir gerade noch den Earnings Kalender offen haben, sehen wir uns das zuerst bei den Aktien an. Hier als Beispiel mal Uber. Die haben richtig überrascht mit ihren Zahlen. EPS-Schätzung war minus 0,15. Gemeldet wurde ein Gewinn von 0,29 Dollar pro Aktie. Was ist dadurch passiert? Klicken wir einfach mal auf den Wert drauf und sehen uns den Chart an. Wieder ein großes Gap. Rund 7%. Wurde zwar gleich wieder abverkauft, aber mit der passenden Strategie hätte man den Gap Close zum Beispiel handeln können. Was ich damit sagen möchte, es gibt tausend Möglichkeiten eine Strategie zu entwickeln. Du könntest dich zum Beispiel eben auf Quartalszahlen spezialisieren. Überleg dir eine Strategie und teste sie. Sieh dir zum Beispiel genau solche Werte an. Erwartungen über- oder untertroffen. Dadurch entsteht ein Gap und dann backteste deine Vorgehensweise. Zum Thema Strategie und Backtesten habe ich dir ein richtig umfangreiches Video gemacht. Ist rechts oben verlinkt. Was aber am meisten Bewegungen in eine Aktie bringt, sind Zukunftsprognosen. Auch Guidance genannt. Auch wenn die EPS übertroffen wird, hilft das alles nichts, wenn die Zukunftsprognosen düster sind. Wenn sich bei Growth Aktien der erwartete Wachstum verlangsamt, dann wird die Aktie abgestraft werden. Also behaltet das im Blick. Das ist der Moment, wo man im Nachhinein davon spricht, dass etwas eingepreist ist. Solche Statements starten dann oftmals neue Trends. Und dadurch ist es mit Sicherheit eines der wichtigsten Punkte bei Aktien. Was für Aktien die Quartalszahlen sind, sind aktuell makroökonomisch gesehen die FOMC-Meetings. Also die Meetings und Pressekonferenzen der Zentralbankmitglieder von Amerika, der FED. Wenn der Vorsitzende Jerome Powell spricht, wird es meistens unangenehm im Markt. Und damit sind wir bei der Frage, welche makroökonomischen Wirtschaftsdaten sind wichtig? Das aktuellste Thema ist, wie auch schon erwähnt, die Inflation. Wodurch sich auch aktuell die aggressive Zinspolitik ergibt. Zur Info, ich packe euch alle Links zu den Sachen, die ich euch zeige, in die Beschreibung. Das ist die Box gleich unter dem Like-Button, den du auch gerne drücken darfst. Also zurück zum Thema Inflation und Zinsen. Da gibt es ein paar Wirtschaftsdaten zu dem Thema, die interessant sind. Zum Ersten alles, was mit den FOMC-Meetings zusammenhängt. Das wichtigste Event ist immer die tatsächliche Ankündigung. Wann, wie und ob es eine Zinserhöhung gibt. Das seht ihr hier. Besonders an den Tagen, die mit dem Stern markiert sind, sollte man, wenn man nicht weiß, was man tut, nie im Markt sein. Wenn bei der Pressekonferenz, die übrigens immer am zweiten Tag stattfindet, also zum Beispiel hier am 22. März, dann verkündet wird, wie hoch die Zinserhöhung ausfällt, sind Moves von 300 bis 400 Punkte da keine Seltenheit. Der nächste Termin ist dann der Tag, wo die Minutes, also das Sitzungsprotokoll, veröffentlicht wird. Da versuchen dann immer alle rauszulesen, wie es zukünftig weitergehen wird mit der Zinspolitik. Nun, die FED-Leute setzen sich nicht einfach zusammen und würfeln aus, um wie viel sie die Zinsen erhöhen. Sie werten natürlich Daten aus. Deswegen aufgepasst bei diesem Termin. Die Veröffentlichung der NFP-Daten, ausgeschrieben Non-Farm-Payrolls. Das ist der US-Arbeitsmarktbericht. Hier wird unter anderem die Veränderung der Beschäftigungszahlen außerhalb der Landwirtschaft und Regierungsorganisationen verkündet. Dieser Termin ist immer am ersten Freitag des Monats, um 14.30 Uhr unserer Zeit. Weniger Arbeitslose werden normalerweise als positives Zeichen für die Wirtschaft gedeutet. Einfach gesagt, wenn man Arbeit hat, kann man sich mehr leisten. Das schwemmt Geld in die Kassen der Unternehmen. Aktuell ist es jedoch ein zweischneidiges Schwert, weil es auch auf eine ansteigende Inflation hindeuten kann. Das wiederum könnte die FED dazu bringen, die Zinsschritte noch mehr zu erhöhen. Apropos Inflation. Das ist der vierte Termin, den du aktuell immer im Blick haben solltest. Die Veröffentlichung der CPI-Daten, Consumer Price Index, auf Deutsch Verbraucherpreis Index, also die Inflationsdaten aus den USA. Meist ist der Termin Mitte des Monats. Dieses Mal am 14. Februar. Der CPI misst die durchschnittliche Preisentwicklung aller Waren und Dienstleistungen, die von privaten Haushalten erworben werden. Wenn ihr Kernrate des CPI lest, dann ist die Energie und Lebensmittel bei der Berechnung ausgeschlossen. Naja, was sagt das wieder aus? Logisches Denken ist wieder angesagt. Energie und Lebensmittel sind tägliche Güter, die man zum Überleben braucht. Das heißt, es bleiben dann zu einem großen Teil nur noch, ich nenne es mal, Luxusgüter über. Urlaub, Freizeitaktivitäten, Autos, Handys und so weiter. Wenn von den Gütern viel gekauft wird, dann heißt das im Umkehrschluss, die Wirtschaft läuft. Wenn die Wirtschaft läuft, wieso werden dann die Aktien abgestraft, fragst du dich? Genau der gleiche Grund wie vorhin bei der Erklärung mit den NFP-Daten. Die Gefahr erhöht sich, dass die FED noch aggressiver mit ihren Zinserhöhungen voranschreitet. Und weil es gerade perfekt dazu passt, weil der Tag der Aufnahme der 14. ist, wo die CPI-Daten bekannt gegeben wurden, Was ist passiert? Hier in grau hinterlegt, sieht man die Daten. Die tatsächliche Inflationsrate ist über der Prognose gewesen. Genau das, was ich gerade gesagt habe, wurde vom Markt dann gespielt. Die Angst vor aggressiveren Zinserhöhungen ist wieder da. Dadurch fällt der Aktienmarkt und der Dollar gewinnt bei einer potenziellen stärkeren Anhebung der Zinsen. Und ein starker Dollar bedeutet wiederum auch schwächer bei Gold. Freut euch auf mein Sentiment-Analyse-Video. Da gehen wir unter anderem genau auf solche Zusammenhänge ein. Also nochmal kurz zurück zum Thema. Deswegen sage ich immer, handelt nicht einen möglichen Ausgang, sondern handelt die Bewegung, die danach passiert. Man kann im Vorhinein nie ahnen, wie nachher etwas interpretiert wird. Ich bin euch noch die Alternativen zu TradingView schuldig. Für die Quartalszahlen schaue ich gerne mal auf cashkalender.de. Für Wirtschaftsdaten ist auch noch finanzen.net eine geile Alternative. Dort kannst du nämlich auch noch nach Kategorien filtern. Zum Beispiel nur Inflationsdaten. Und meine App, die ich gerne am Handy verwende, ist von investing.com. Wir haben heute viel über die FOMC und über Zinsen gesprochen. Im linken Video habe ich das Thema Zinsen und Fat Pivot noch genauer erklärt. Wenn du heute keine Lust mehr auf Zinsen hast, jedoch auch keine Lust mehr darauf, einen Trade zu verpassen, im rechten Video erkläre ich dir, wie du einen Alarm auf TradingView einstellst. Viel Spaß beim Schauen.